Und hallo, zurück zur coolsten Gangster-Simulation aller Zeiten. Ich hab mich gerade gefragt, ich hab doch kein Radio angehabt. Nö. Aber find ich ja cool, ne? Dass so auch Straßenmusiker... Oh, kann ich sogar Geld geben, das mach ich auch. Haha. Das ist cool gemacht, sowas. Das ist echt Atmosphäre. Sowas liebe ich an Spielen. So Kleinigkeiten. Einfach toll. Top, top. Ja, kommen wir gleich zum nächsten Auftrag. So, kommen wir in. Okay. Wo sind Sie denn? Sorry, Sie wissen, wie es ist. Ich weiß, wie es ist. Ja, ich weiß, wie es ist, mit 2 Millionen Dollar wert von Stolen Ice, warten, wenn das so was ich, Brains? Werden Sie folgen? Nein. Ich glaube, das ist nicht so. Das Land ist voll von Rats, so wer weiß. Was ist so urgent? Ich muss Sie das Wasser auszuladen, das für mich. So, was Sie machen für mich? Was ich machen für Sie? Ich schaufe Sie. Ich muss nicht schaufe Sie, ich schaufe Sie. Ich sage, ich habe Verbrennungen. Ich sehe, was ich tun kann. Ich sehe, was ich tun kann. Ich sehe, was ich nicht gut genug. Ich sage, dass Sie ihn finden können. Hey, ich sage, ich schaufe Sie. Du wisst, es ist cool. Schaufe jemanden, ich sehen Sie später. Oh, whoa, whoa. Are you fucking kidding me? Nein. Ich mache diese Fähigkeit für Sie, und Sie schaufe Sie. Ich brauche das von Ihnen. Ich versuche, dass Sie finden diesen Mann. Ich weiß, dass er in der Stadt ist. So, wenn Sie mir Ihre Worte oder Sie schaufe Sie sich. Ich schaufe Sie das. Okay. Okay, du hast es. Du willst meine Worte? Du hast meine Worte. Gut. Wer ist er? Florian Kravich. Florian fucking Kravich? Das ist richtig. Okay. Okay. Du hast meine Worte. In der Zwischenzeit, gehen Sie zum Libertonischen. Sie werden das Mann, Johnny. Und die zwei von Ihnen werden die Diamen mit einem Mann, Isaac. Dann, du hast Johnny half the money, die rest du bring back to me. Was ist er da? Er ist wunderschön. Er ist wunderschön. Das wird gut. Wir halten Dinge auf einem Level. Die Leute immer besser behave mit der Firma. Ich will auch eine Pizza haben. machen wir mal, ne? Aber ich meine, diese Dialoge sind teilweise echt geil geworden, ne? Also, nicht einfach so 0815, sondern wirklich mit Handlungsstrank und allem, was dazu gehört. Und sehr, sehr gute Sprecher. Das muss man ja auch mal sagen, ne? Ich schimpfe ja sonst immer über zu viel Dialoge. Aber einige davon sind wirklich mit Handlungsstrank. Turn left. Ich glaub, das heißt links, ne? Oh, warte mal. Oh, noch besser. Ich wollte eigentlich die Cabri haben. Ja, komm. Start mal aus, Boy. Start mal aus. Und da ist doch schon der Decker, ne? Korvette. Okay. Boah. Mein Idiot, ne? Ich sag ja, Hamburger Innenstadt. Riparty City ist Hamburger Innenstadt. Da sind auch so viele Idioten unterwegs. Könnte man den ganzen Tag mit einem Panzerspähwagen durch die Gegend fahren. Oh, hier ist es schon. Hey, all right, man. How's it going? Hey, good to see you again. Yeah, likewise. Let's hope this goes a little better than before, yeah? Come on, let's get inside. Gentlemen, gentlemen, pardon the precautions. You know how things are. No problem. Let's do this. Okay. Let's see the stuff, gentlemen. Maury, come over here. Whoa, 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 whoa. Since we're having a little show and tell, let's see some money. Of course, no problem. There it is. Beautiful, huh? Unmarked bills. No history, no need to launder. Good. Nico, show them the stuff. Get in there, Maury. Isaac, look at them. Gorgeous, huh? Like condensed money. Isaac, these are great. Uh-oh. Rest of you motherfuckers want to die? Do something stupid, okay? Fuck you! Just get the shit, man. Come on! Was ist er denn für ein Irrer? Wo kommt denn der her? Haha. Das lief doch gerade so gut. Klunker gegen Money. Das war doch ein guter Deal. Oh-oh. Oh-oh. Du eh. Kommt nur in die Aläne. Haha. Ja, spiel mal versteckt mit mir. Ach, die Zielautomatik. Ich find die so geil. Hab ich das schon erwähnt? Ich hab nur in die Galen. Ich hab ihn. Die Sekunde zu live, buddy. Hey, Diamant! Ich hab ihn! Ich hab ihn nicht! Ich hab ihn nicht! Das ist ja ein Riesen-Dinosaurier da, ne? Cool gemacht. Meine Güte, hier ist ja was los im Museum. Wie viel sind denn hier im Mach, sag mal? Ich kann euch nicht weg. Ich bin ein Riesen-Dinosaurier da. Ich bin ein Riesen-Dinosaurier. Ich bin ein Riesen-Dinosaurier. Ich bin ein Riesen-Dinosaurier. He can't escape. So kind, honey. You like? Yeah. Ha, ha, ha. Hey, dipshit. Aber noch! You are locked in, my friend! She's gonna blow! You are locked in, my friend! Please! I'm a sick man already! You look like I'm afraid! This will stop! Go on to him! Wow, that was close! Shit! Shit! Shit, my LD! Really! Don't fuck with me! You don't need to shoot me! I'm just some old schmuck! Where do I have to go? Stay down! That's enough! Hahaha! Aber mit den Dinosaurier-Skeletten, das find ich richtig gut. Oh, da sind noch viel mehr. Scheiße! Laid! Hal auf! A jäuble Aus! A jäuble Aus! Do you really wanna shoot me again? Ah, sehr gut. Immer noch so viel mehr. Nein, du sollst jetzt nicht schwimmen. Ach, scheiße. Was war das denn? Wurden vom Dinosaurier umgebracht. You got me, I give up! Die behind! Oh, we got you! This frick is shit out of luck! You want this to be a number? Come on! Come on! You want me to finish you off? Hohoho! Das Dinosaurier-Ding ist schon weggefetzt worden. Wo kommen denn die plötzlich alle her? Das gibt es doch gar nicht. Hey, Jamo! You're in my side! Stay right here! Shut up! Get away, man! Ah! 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 You want the right? Oh, wie ich diese... Let's go! Come on! This will happen when we're talking! Look around! You're surrounded! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Say goodnight forever, asshole! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Do this? You asked for this! You want to die? Hey! Don't worry, we'll get this guy for you! Screw you! You don't need to shoot me, I'm just some old schmuck! Bizarre schmuck. Alter Verworter. You're going to die, friend! You're going to die! Soll ich nur kurz gucken? Oh, Errungenschaft. Sehr gut. Arschloch. Haben wir schon geschafft, ne? Jo, haben wir geschafft. Sehr schön. Das war doch ne coole Mission gewesen. Und ich würde sagen, unsere Sendezeit ist auch wieder rum. Boah. Schade um die schöne Schüssel. Dann sehen wir uns zur nächsten Runde. Bis dann. Schade. Schade.